Also, dann schauen wir uns jetzt noch den Micha an. Hier, wie heißt, nicht bekifft und trotzdem MPU. Ampel ignoriert die eigenen Experten. Ich vermute, in dem Video geht es um das, was zur Änderung der Fahrerlaubnisverordnung im Gesetzentwurf, jetzt zur Straßenverkehrsgesetzänderung, drinsteht. Ich bin sehr gespannt, wurde mir empfohlen, dass ich das doch mal mit euch anschauen soll. Und das werden wir jetzt machen. Also, nicht bekifft und trotzdem MPU von Micha. Let's go. Hallo, liebes Kalafines Publikum. Ich bin der Micha und freue mich immer wieder, dass ich keinen Führerschein habe. Denn die angekündigten Änderungen in der Straßenverkehrsordnung werden die Problematik in Sachen Cannabis eher verschlimmbessern, als sie zu lösen, denke ich. Wir hatten da eine Expertengruppe, die anderthalb Jahre getagt hat. Deren Vorschläge werden im Gesetzentwurf nur zum Teil berücksichtigt. So müssen weiterhin Ersttäter für eine Ordnungswidrigkeit zur MPU eventuell. Ich habe wegen der Expertengruppe... Genau. Ja, Ersttäter zur MPU eventuell. Okay, schauen wir mal weiter. ...mal beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt. Die Antworten dazu und warum man zum Beispiel unter 21 am besten gar nicht kifft, um seinen Bürgernstein zu behalten, das erfahrt ihr alles in dieser Sendung. Ja, ich lasse mein Auto heute zu Hause und ihr abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Dankeschön. Ja, Leute, falls ihr Cannabis konsumiert und Autofahrten-Führerschein habt, informiert euch am besten, wie man sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle verhält und wie die Abbauzeiten sind und wie ihr euren Führerschein am besten behaltet. Und fahrt natürlich nie bekifft. Bevor es um den Führerschein geht, noch ein kleines Spin-off zum Cannabiskonsumgesetz. Denn auch da hat die Ampel zeitgleich mit der Änderung in der Straßenverkehrsordnung noch Ergänzungen, Änderungen zum Cannabiskonsumgesetz vorgestellt. Zur Prävention wird da ein ziemlich nichtssagender Satz ergänzt. Ich blende euch den mal ein. Da geht es nur darum, Cannabiskonsum per se zu verhindern. Da geht es jetzt nicht darum, unproblematische Konsummuster zu vermitteln. Weiß ich auch nicht, ob das im Gesetz was zu suchen hätte. Aber wenn ihr gestern die Arte-Doku gesehen habt, ja, so funktioniert Prävention. Da waren ganz gute Beispiele drin. Und das vermisse ich da halt bei der Ampel immer noch ein bisschen. Da auch ein bisschen in Verbindung einzugehen. Auf solche Ansätze. Ansonsten geht es bei den Änderungen eigentlich nur darum, den gemeinschaftlichen Anbau von Clubs zu verhindern. Dass Clubs sich zusammentun zum Anbau oder dass das kommerzialisiert wird. So wie da jetzt einige Geschäftsmodelle in den letzten Monaten auch durch die Medien gegeistert sind. Ja, also auf der einen Seite ist eine Kommerzialisierung jetzt unmöglich. Auf der anderen Seite werden aber reine Abgabestellen vorgeschrieben, wo der Club-Gedanke eigentlich gar nicht umgesetzt wird. Für bis zu 500 Leuten, die man unkommerziell betreiben soll, ohne nebenbei sozusagen auch Vereinsleben zu betreiben. Also das geht doch gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn man für 500 Leute anbaut, dann muss man das irgendwie ökonomisch und wirtschaftlich betreiben. Das geht nicht mehr als kleiner Verein. Das geht vielleicht mit 20 Leuten. Aber 20 Leute haben wiederum keinen Bock, eine Abgabestelle aufzumachen, wo sie keine Cannabiskultur betreiben können. Also das funktioniert am einen und am anderen Ende überhaupt nicht mit der Änderung im Cannabiskonsumgesetz zu den Clubs. Und ich bin mal gespannt, wie die das jetzt bewerkstelligen wollen. Ich kann verstehen, wenn die diese Kommerzialisierung, solche, sage ich mal, ich finde die Geschäftsmodelle teilweise auch ein bisschen windig, verhindern wollen. Aber dann müssen sie andererseits den Clubs natürlich auch eine Möglichkeit geben, ein Vereinsleben zu betreiben und von denen nicht erwarten, als reine Abgabestelle zu fungieren. Und ein Blick zum Beispiel nach Urugewei wäre dabei hilfreich gewesen. Die beschränkten die Mitgliederzahl und die haben das doch schon ganz gut geregelt. Aber kein Wort davon. Und ganz zum Schluss wette ich, das finde ich... Das ist eigentlich wirklich das Dümmste oder das, was am meisten dann, wo man sagt, ach, come on, jetzt haben wir schon irgendwie Ergebnisse oder Best Practice oder irgendwas aus anderen Ländern, auch jetzt hier bezüglich Anbauvereinigung, was jetzt ja nicht so sehr das Straßenverkehrsthema ist. Aber, ne, also das ist so prinzipiell, wo man sagt, ey, Leute, es gibt doch wissenschaftliche Erkenntnisse und wir haben schon Länder, die haben das schon mal probiert, hier und da, und dann kann man sagen, hey, das war schlecht, das war gut und so, das ist doch perfekt, ne, um dann irgendwie so eine bestmögliche Lösung irgendwie zu finden und sich dann da nicht daran zu orientieren oder das gar nicht zu beachten oder zumindest nicht umzusetzen, ist einfach schade. Die Anwälte, selbst nach diesem Update des Gesetzes, immer noch eine Lücke finden, wie sie ihre windigen Geschäftsmodelle, ja, mit dem Club richtig knetet zu machen, doch noch durchkriegen. Bin ich mir sicher. Natürlich gibt es auch viele andere Clubs, die nicht kommerziell agieren, aber ich glaube, genau denen, denen man das Handwerk legen wollte, die finden wieder ein Workaround. Also mein Tipp ist immer, klein anfangen und wenn ihr es richtig macht, dann wachst ihr von alleine. Lasst euch von keinem was erzählen, weder von unserer Bundesregierung noch von irgendwelchen windigen Geschäftsleuten, die euren schönen Cannabis-Club vielleicht dafür nehmen oder benutzen wollen, um Knete zu machen, ja. Macht selber, fangt mit 20 oder mit 10 Leuten an und wenn es läuft, dann wachst ihr von alleine. Und bindet die lokale Wirtschaft mit ein, ja. Wenn ihr auf dem Lande lebt, ja, gebt die Aufträge an die örtlichen Handwerker weiter. Die Fireware macht den Feuerschutz, ihr macht Feste, die Fireware macht auch noch Security oder Sonstiges, ja. Also bindet die lokalen Kräfte mit ein, ganz wichtig. Jetzt genug Spin-Off, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich die Änderung der Straßenverkehrsordnung. Die beiden wichtigsten Zahlen, ja, sind 3,5 Nanogramm im Blutserum für Menschen über 21 und für Menschen unter 21 haben wir jetzt eine Null-Toleranz-Grenze. Wir haben dort 0 Nanogramm THC im Blutserum. Diese 3,5 Nanogramm. Ja, okay, jetzt waren Sachen falsch, ne. Also, beziehungsweise eins ist unvollständig, ne. Unter 21 und in der Probezeit. Das kommt auch ab und zu mal die Frage, ne. Man kann auch über 21 in der Probezeit sein. Ne, wenn man einen Führerschein mit 21 macht, ist man bis 23 in der Probezeit. Also für Fahranfänger und unter 21, aber nicht 0. Haben wir jetzt vorhin auch nochmal mehrfach gehört, ja, ist, nein. Null-Toleranz heißt paradoxerweise nicht 0, sondern Null-Toleranz heißt halt jetzt im Vorschlag ein Nanogramm, was wir halt jetzt für alle haben. Ja, könnte man jetzt sagen, jeder von uns oder ganz jeder deutsche Bürger ist aktuell in der Probezeit, was Cannabis angeht, dauerhafte Probezeit und nach Gesetzesänderungen sollen das halt eben nur noch unter 21-Jährige und Leute in der Probezeit sein. Im Blutserum entsprechen gemäß unserer Expertenkommission ungefähr einer Beeinflussung, die gleichzusetzen ist, mit 0,2 Promille Alkohol. Bei Alkohol haben wir allerdings die niederste Grenze von 0,3 Promille. Also da darf man halt nicht mehr fahren, wenn Auffälligkeiten vorliegen, ja. Oder Fahranfänger dürfen auch nicht mit 0,3 Promille fahren. Und wenn man diesen Wert überschreitet, begeht dann eine Ordnungswidrigkeit. Und eigentlich ist dann eine Überschreitung von... Ja, auch falsch, ne. Also, ja, okay, wir kommen jetzt darauf an, was er meinte jetzt. Also wenn du den 3,5 überschreitest, ordnungswidrig, ja. Wenn du 0, also 3,5 Nanogramm überschreitest, ordnungswidrig, zukünftig, wenn du 0,3 Promille überschreitest und Ausfallerscheinungen hast oder irgendwas, dann ist das eine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit. Aber es hat er wahrscheinlich nicht gemeint. 3,5 Nanogramm mit einer solchen Ordnungswidrigkeit 0,3 Promille gleichzusetzen. Das wird aber bei Cannabis laut dem neuen Gesetzentwurf nicht unbedingt geschehen. Denn es wurde sozusagen eine Missbrauchsklausel eingefügt. Diese Missbrauchsklausel klingt ganz ähnlich wie im alten Gesetz. Ich stelle euch die mal beide gegenüber. Ich zitiere die mal beide. Erstmal das alte Gesetz. Ein Missbrauch liegt vor, wenn das Führen von Fahrzeugen und die Fahrsicherheit betreffender Cannabiskonsum nicht hinreichend sicher getrennt werden können. Im neuen Gesetz steht, das Führen von Fahrzeugen und ein Cannabiskonsum mit nicht fernliegender, verkehrssicherheitsrelevanter Wirkung beim Führen eines Fahrzeugs nicht hinreichend sicher getrennt werden können. Also die Gleichbehandlung mit Alkohol bleibt weiterhin ein Träumchen. Erwachsene müssen... Er muss drei Cuts machen, weil es eine seltsame Formulierung ist. Ich habe das ja in dem Video auch formuliert, tatsächlich in meinem aktuellen Video oder von OnMPU. Da fehlt die alte Formulierung. Also jetzt aktuell haben wir tatsächlich die gleichen Formulierungen für Alkoholmissbrauch und für Cannabismissbrauch in der Anlage 4. Und das ist jetzt der Vorschlag für eine Änderung dieser Definition von Cannabismissbrauch. Und es ist noch ein bisschen nebulös, was das jetzt für Auswirkungen haben könnte, wenn man das jetzt so ändert. Aber schauen wir mal weiter. Wir müssen jetzt trotzdem lange vor Fahrtantritt pausieren und Menschen unter 21 kiffen am besten gar nicht, weil da gilt dann Zero Tolerance und bis man diese 0 Nanogramm erreicht hat, selbst bei gelegentlichem Konsum können Tage oder sogar eine ganze Woche vergehen. Und wer über 21 ist, wird im Prinzip bei der Überschreitung des Grenzwertes wie jemand behandelt, der irgendwas zwischen 0,5 und 1,6 Promille hatte. Ja, und von euch möchte ich... Nein, weil, also wird behandelt wie jemand ordnungswidrig, also erstmal ein Nanogramm, nicht null. Und wenn du über 3,5 bist, dann wirst du behandelt wie jemand zwischen 0,5 und 1,09 Promille. Ab 1,1 Promille, was ist das da? Straftat, also wirst du ab da anders behandelt bei Alkohol. Und ab 1,6 Promille gibt es die MPU und das ist eben eigentlich, worum es geht. Haben wir auch schon im Ordnungswidrigkeitenbereich jetzt mit einer Auffälligkeit ein MPU-Level erreicht, was wir bei Alkohol nicht haben. Ja, oder ist es halt wie jetzt über fast 100 Führerscheinstellen, bald schaut euch die Deutschlandübersicht nochmal an, über 100 Führerscheinstellen fast, Wiedererteilungen, weil eine Auffälligkeit mit THC bedeutet, keine MPU. Ich möchte dich heute wissen, hattet ihr schon mal Stress wegen Cannabis im Straßenverkehr? Zu Recht, zu Unrecht? Das schreibt dir bitte alles in die Kommentare. Vielen Dank. Ein Pordor zu den 0,5 Promille, das wird im Gesetz zum Beispiel gar nicht definiert. Ich finde, die 3,5 Nanogramm haben da so lange nichts zu suchen, bis die 0,3 Promille auch gesetzlich definiert sind. Aber das macht der Gesetzgeber seit Jahren nicht. Diese 0,3 Promille, die beruhen ja auf Gerichtsurteilen. Und jetzt haben wir sozusagen ein Pordor zu 0,2 Promille, aber die 0,5 Promille sind immer noch nicht definiert. Und die Expertengruppe hat sich richtig Mühe gegeben. Ich blende euch mal da zum Beispiel eine Tabelle ein, die die veröffentlicht haben, die die im Bundestag auch vorgelegt haben, dem Verkehrsausschuss. Da wird zum Beispiel festgestellt, dass eine Beeinflussung von 0,8 Promille ungefähr einem THC-Gehalt von 13,8 bis 18,6 Nanogramm entspricht. Also es ist schon möglich, da Zahlen zu nennen. Und damit man wirklich nur bekiffte Fahrer aus dem Verkehr zieht, wollten die, wie in vielen europäischen Ländern üblich, einen Speichelvortest. Und da lese ich euch kurz mal die Begründung vor, die mir der Dr. Franjo Grotenhermen mit Einverständnis der Expertengruppe auch per E-Mail mal geschickt hat. Im Detail geht es darum, dass der Grenzwert eigentlich nicht das zentrale Element des Vorschlags gewesen sei, sondern ein Speichelvortest. Dabei sei es um den Text im niederländischen Gesetz gegangen. Mit dem Vortest würden falsch positive aussortiert. Man könnte dann 5 oder 20 Nanogramm pro Milliliter THC-Blutzerum haben und gelte trotzdem als fahrsicher, wenn der Speicheltest negativ sei. Aber der Gesetzgeber verzichtet auf alle diese Details. Es gibt nur den 3,5 Nanogramm-Grenzwert und ab dem gilt man im Prinzip als total stoned. Und deshalb hat mich auch ein Mitglied der Experten... Das stimmt tatsächlich nicht so. Also die Experten, besser gesagt, der Gesetzesentwurf, was die ja schreiben, ist ja im Detail nicht, dass man ab 3,5 als total stoned gilt, sondern, wie heißt es geschrieben? Ein verkehrssicherheitsrelevante Wirkung ist möglich, aber unwahrscheinlich. Nee, doch. Jedoch nicht ganz unwahrscheinlich. Also die sagen eigentlich, es ist nicht unbedingt damit zu rechnen. Aber es ist möglich. Also ganz anders als ab 3,5 bist du total stoned. Die Expertenkommission etwas besorgt, kontaktiert und gefragt, ob ich das nicht mal in der Sendung abarbeiten könnte, weil derzeit die Sorge besteht, dass die Vorschläge der Expertenkommission nicht in den Gesetzentwurf einfließen werden und so das Gesetz eigentlich nur eine Verschlimmbesserung des alten Gesetzes ist. Da frage ich mich auch... Das kann sein. Also da habe ich auch schon mit Georg Wurt oder generell, haben wir kurz mal drüber geredet, vielleicht hat er auch irgendwie da Connections und also die Befürchtung ist ja da. Ich habe euch das im Video, schaut es euch nochmal an, ja, das letzte jetzt, auch nochmal gesagt, diese Formulierung, nicht die Definition von Cannabis-Missbrauch unbedingt, sondern dieser eine Satz, ja, wo nochmal gesagt wird, dass Cannabis-Missbrauch mit Paragraph 24a korrespondiert, das ist der tödliche Satz. Ja, und dann sage ich mir, okay, da wäre ich ja selbst als liberal eingestellter Führerscheinstellenbeamter, würde ich ja sagen, so alter Schwede, da steht ja, schwarz auf weiß, Cannabis-Missbrauch heißt, ein Verstoß gegen 24a. Ja, und da, obwohl die im sonstigen Gesetzestextentwurf komplett das Gegenteil sagen, aber dann schreiben sie dann, ja, korrespondiert 24a, Cannabis-Missbrauch, alles klar, jetzt habt ihr alles kaputt gemacht mit diesem Satz, ungefähr, was auf den vorherigen 50 Seiten, oder, okay, 50, sechs oder was es sind, steht. Auch wenn man nicht auf die Expertenkommission hört, warum verschwendet man dann Jahre, um die Tagen zu lassen, ja, kostet ja alles Geld und Nerven, dann hätte man doch gleich die 3,5 Nanogramm, die damals im Gespräch waren, in die alte Verordnung reinschreiben können, die wörtlich überleben und gut ist, weil was anderes passiert ja jetzt im Moment nicht. Kurzum, es war zeitbar nachzufragen, deswegen habe ich mich mal an die jeweiligen Ampelmitglieder des Verkehrsausschusses gewendet und natürlich auch ans Bundesverkehrsministerium selber und Chapeau, die haben es alle geschafft, mir innerhalb von zwei Tagen zu antworten, das ist wirklich sehr schnell, weil ich auch darum gebeten hatte, um eine schnelle Antwort, sehr schnell zu haben. Haben wir nichts zu tun, oder was? Das werden gleich Fragen. Professionell, ja, auch wenn die Antworten vielleicht, sage ich mal, in meinen Augen nicht ganz nachvollziehbar sind, aber da können die Kolleginnen und Kollegen nichts für, aber wirklich super professionell reagiert, super schnell geantwortet, die SPD, die Grünen, das Bundesverkehrsministerium, einzig und allein der zuständige FDP-Abgeordnete, der Herr Lenders, hatte keine Zeit mehr zu antworten. Die haben alle die gleichen Fragen gekriegt, die blende ich euch einfach mal ein. Strebt der Gesetzgeber mit diesem Gesetz eine Gleichbehandlung von Alkohol- und Cannabis-Vergehen in dem Straßenverkehr an. Wieso wurde der Vorschlag der Expertenkommission eines Vortests wie in den Niederlanden nicht in den Entwurf übernommen? Wieso definiert das Gesetz ein Pendant zu 0,3 Promille, jedoch nicht zu 0,5 beziehungsweise 1,1 und 1,6 Promille? Und dann habe ich dazu noch gefragt, wann im Zusammenhang mit Cannabis welche Straftat vorliegt. Zum Speichelvortests, dass diese zum Nachweis des aktuellen Konsums erforderlich seien. Sie empfehlen, diese Details auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen im Ausland zu klären. Ist aber nicht mit Gesetz drin. Erst doch mal ein bisschen gucken, wie das holländische Gesetz aussieht oder was. Das gilt schon lange. Das muss man eigentlich nur übersetzen und abschreiben. Okay. Aber ich bin ja kein Jurist. Zur Frage der verschiedenen Grenzwerte schicken Sie mir doch die Langfassung von der Expertengruppe, die ich euch vorhin schon mal eingeblendet habe, wo die alle schön definiert sind und verweisen mich jetzt ans Bundesjustizministerium. Aber das kenne ich ja schon, weil wenn ich beim Bundesjustizministerium anfrage, werde ich wieder ans Bundesgesundheitsministerium verwiesen, weil die sind ja fehlerführend bei dem Gesetz. Wie heißt das? Formular A38. Haben Sie Formular A38? Ja, Asterix und Obelix. Also das Bullshit-Bingo geht weiter. Aber ich frage nach, kommt dann bei Zeiten auch, ja, Antwort dann. Psst, komm her, komm her. Ja, leider habe ich noch keine Zeit zum Faulenzen und wollte mich auch mal bei den Patreons bedanken, die mich jetzt schon alle unterstützen. Großes Big Up dafür. Und wenn ihr mir helfen wollt, weiterhin Anfragen zu stellen und ein wenig beim Bullshit-Bingo mit den Ministerien mitspielen wollt, dann unterstützt mich doch einfach auf patreon.com slash der Micha. Vielen Dank. Dann antwortet mir Svante Michael Hilsen von den Grünen, Herr Federführend im Verkehrsausschuss bei dieser Änderung. Was auf den ersten Blick als eine Ungleichbehandlung von Alkohol- und Cannabiskonsumenten aussieht, ist die Konsequenz aus der Einschätzung, dass 0,5 Promille deutlich zu hoch angesetzt wird. Aus grüner Sicht muss hier mit Blick auf das Unfallgeschehen bei Alkohol dringend nachgebessert werden. Ist ja mal ein ganz neuer Aspekt. Finde ich gar nicht so schlecht, aber wurde bisher auch kaum vermittelt öffentlich. Und zu den Speichelvortests schreibt sie mir, dass aus ihrer Sicht diese Speichelvortests doch sinnvoll seien. Und da sieht man auch, da gehen die Meinungen, denke ich mal, auch etwas auseinander innerhalb der Koalition. Denn, jetzt sage ich euch mal, was die SPD mir geantwortet hat. Oh nein. Eine vollständige Gleichbehandlung von Alkohol- und Cannabisdelikten ist nicht möglich, da sich Alkohol und Cannabis bezüglich Länge und Art der Wirkung sowie in puncto Nachweisbarkeit deutlich unterscheiden. Zu den Speicheltests. Und wisst ihr was, eigentlich ist das gar nicht, also, das kann man jetzt so und so sehen. Aber zu sagen, das ist nicht möglich, das gleichzusetzen, gleich irgendwie das Konstrukt der Sanktionierung und so gleich zu machen, ist gar nicht das Problem. Da könnte man ja sagen, ja passt doch perfekt, dann scheißen wir doch jetzt komplett auf Blutanalysen einfach mal. So, interessiert doch keine Sau, wie viel Nanogramm THC der im Blut hat. macht doch nur noch Speicheltests und schaut halt, okay, ist das sechs Stunden her oder was? Und wenn das halt sechs Stunden her ist, dann, wenn er halt positiv ist, dann wird es halt eine Ordnungswidrigkeit. Ja, dann ist das, diese Aussage jetzt von der SPD auch kein Problem. Sagen wir mal, okay, wir müssen das halt unterschiedlich angehen, immer dieses Äpfel-Bürnen halt, bla. Ja, von mir aus, ja, dann vergesst doch mal dieses, dieses Dogma von, wir brauchen einen Blutwert mit irgendwie, mit Komma-Null-Dezimal irgendwas, ja, Komma-Fünf. Und ab drüber machen wir das und drunter machen wir das und wir brauchen das im Serum und nicht im Vollblut. Vergesst einfach das alles und wir sagen, ey, das können wir nicht, weil der THC-Wert ist nicht geeignet. Sagt auch der Professor Dr. Tönes, ja, THC-Wert ist nicht geeignet, um verkehrssicherheitsrelevante Beeinträchtigungen nachzuweisen. Oder halt, Korrelation ist einfach schlecht, der Zusammenhang ist schlecht. Und warum machen wir das dann überhaupt? Aber, ja, kommen wir halt schwer irgendwie aus dieser Nummer irgendwie raus, ne? Das schreibt mir der Herr Stein. Im Begründungsurteil des von uns vorgelegten Gesetzesentwurfs empfehlen wir den Bundesländern daher ausdrücklich künftig vermehrt auf Speicheltests zu setzen. Eine gesetzliche Regelung des Bundes dafür ist nicht notwendig. Oh, wie ich sowas immer hasse, dieses Föderalismusgelaber, ne? Das ist nicht notwendig. Sieht man auch, wie das nicht notwendig ist, die Fahrerlaubnisverordnung genauer zu definieren und das den Ländern oder noch besser den einzelnen Bezirksregierungen zu überlassen, wie jetzt ein Bundes, eine Bundesverordnung umzusetzen ist. Da sieht man, wie das nicht nötig ist, das in einem Gesetz festzulegen, was Cannabis-Missbrauch bedeutet. Ja, ich zeige es euch, wie das nicht nötig ist, sowas festzulegen. So ist das nicht nötig, ja? Dass man hier rot, grün, blaue Scheiße hat. Sorry. Aber das regt mich so auf, dieses Thema. Das ist nicht nötig, das festzulegen. Du hast 500 Führerscheinstellen und du hast 5000 Meinungen und Stellungnahmen, wie jetzt 13a Cannabis-Missbrauch zu definieren ist. Das ist triggert. Erzählen Sie das mal in Bayern, Herr Stein. Natürlich ist das notwendig, weil in Bayern dann sowieso jeder zur MPU geschickt wird, der über 3,5 NG hat und anyway, jeder beeinflusst wird, ja. Danke, danke. Natürlich, ohne Speichelvortest, der ist ja in dem Sinne dann auch für Konsumierende, um die zu schützen, ja. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, was ich euch noch mal erklären wollte, ist nämlich der Romberg-Test, ja. Es gibt ja zum Beispiel für Alkoholfahrten einen Extra-Test, wo festgestellt wird, ob man alkoholbeeinflusst ist. Leider wird derselbe Test halt auch für Cannabiskonsumenten angewandt, oft, ja. Der heißt Romberg-Test. Das trifft aber überhaupt nicht richtig zu, ja. Zum Beispiel das Ding mit dem Gleichgewicht. Ja, da müsste man, A, müsste man einen neuen Test für entwickeln und B, zweifle ich auch an der Maglite-Methode, die in den meisten Fällen von der Polizei zur Feststellung von der Beeinflussung genommen wird, ja. Das kann ein Arzt machen, aber ein Polizist anhand der Pupillenreaktion kann nicht feststellen, wann man gekifft hat. Das geht nicht. Oder halt Nystakmus. Ich sag's euch, ich hab zehn Jahre hauptamtlich Rettungsdienst hinter mir und Nystakmus ist ja so Zitterbewegungen, wenn man irgendwie einem Objekt folgt oder wie auch immer, so eine Rückstellbewegung. Alter Schwede, ist das schwierig, das genau herauszufinden, ob jetzt jemand, weil da geht auch neurologische Ausfallerscheinungen und das hat auch Hinweise auf Drogenkonsum oder so. Und dann sagen die Leute, ja, da hat ja irgendein Nystakmus gehabt. Aber so ein Polizist hat das gesehen, halt ein Nystakmus. Sorry, ja. Also genau das, da werden halt dann Ausfallerscheinungen erkannt oder Hinweise auf vergangenen Drogenkonsum, die vielleicht echt nicht existieren, eigentlich diese Hinweise. Bin ich mir ganz sicher. Und wie gesagt, da muss man einfach einen besseren Test auch entwickeln, als der, der momentan von der Polizei angewendet wird. Steht ja auch drauf auf der MacLight, nicht in die Augen leuchten und die machen das trotzdem. Zu den 0,3, 0,5, 1,1, 1,6 Promille schreibt mir der Herr Stein folgendes. Eine relative Fahruntüchtigkeit liegt immer dann vor, wenn der Konsum von Alkohol oder Drogen bedingte Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Dies wird individuell durch ein Gericht festgestellt. Ja, stimmt. Vielen Dank. Ich habe da auch mal was gelernt. Das ist wirklich so, ja. Also gesetzlich festgelegt, als Ordnungswidrigkeit sind nur diese 0,5 Promille. Alle anderen Werte werden oder wurden bei Alkohol bisher durch Gerichte definiert. Wenn man es genau nimmt, werden die Ausfallerscheinungen auch von den Beamten festgestellt und vom Arzt, nicht vom Gericht. Und das Gericht entscheidet darüber. Aber wollen wir mal nicht zu kleinlich sein. Und nur, weil das bei Alkohol versäumt wurde, gesetzlich zu definieren und durch Gerichte nachdenklich entschieden werden musste, heißt das doch nicht, dass man das bei Cannabis einfach von Anfang an weglässt und darauf wartet, dass sich da Gerichte damit beschäftigen. Das ist für mich ein ganz komisches Demokratie- und hier auch Rechtsverständnis. Genau wie mit der geringen Menge THC. War auch gedacht, brauchen wir nicht ins Gesetz rein. Wird schon, BGH wird schon machen. Und was macht BGH? Hold my beer. Wir bleiben bei 7,5 in der Hand und Gramm. Doch, oder? Ne. Doch, bin ich jetzt blöd. 7,5 Gramm. 7,5 Gramm, ne? THC. Ich bin jetzt schon ganz verrückt. Also geringe Menge ist natürlich auch ein Fehler gewesen, das nicht ins Gesetz zu gießen. Also im Prinzip hat sich der SPD-Abgeordnete auf den Standpunkt gestellt. Bei Alkohol ist 0,5 die gesetzliche Grenze, 0,5 Promille. Bei Cannabis sind es 3,5 Nanogramm. Das Fondort so 0,2. Und alles andere wird einfach nicht definiert. Wir haben alles richtig gemacht. Ende. Da sieht man schon, SPD und Grüne haben eine ganz andere Meinung. Die FDP hat sich jetzt gegenüber mir nicht geäußert. Aber das ist nur ein Gesetzentwurf und da kann man noch dran schrauben. Hat man ja auch bei anderen Dingen gesehen. Vielleicht finden die Vorschläge der Expertenkommission in der zweiten oder dritten Lesung des Gesetzes dann doch noch gehörbar im Bundestag. Dazu müssen wir aber wirklich ein bisschen Rabatz machen jetzt die nächsten Wochen. Ja, am Freitag. Sorry, nein, Donnerstag. Ja, ich bin live. Wir schauen es uns an. Zweite, dritte Lesung, Bundestag. Ja, im Prinzip heißt das neue Gesetz doch, weil Cannabis anders als Alkohol wirkt und abgebaut wird, verzichten wir auf den Rest der Erkenntnisse dieser wirklich hochkarätig besetzten Expertengruppe und nehmen die 3,5 Nanogramm, den niedrigsten Wert, den man in dem ganzen Papier von denen findet, schreiben den ins Gesetz und fertig ist. Und schicken alles, was bei 3,5 nicht auf den Bäumen ist, weiter zur MPU. Ja, okay. Also wir haben es oft genug gesagt. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert. Das passiert, das hat man jetzt hier nochmal gehört. Irgendwie hat ja vorhin jemand geschrieben. Hier kann man nochmal, wer hat es denn gesagt? Moment, habe ich es noch da? Hier. Ich war vorhin bei der Vorstandsstelle, meinte zu mir über 3,5 automatisch MPU. Erstverstoß zählt nur unter. Okay. Wo steht das? Wo steht das? Fucking aktuell. Wir haben nicht mal 3,5 Nanogramm im Gesetz. Wo steht das denn bitte? Nirgends. Also, okay, ich muss aufhören. Mal zur Erinnerung. mit 0,3 Promille hast du schon einen leichten MT. 3,5 Nanogramm spürt man überhaupt nicht. In meinen Augen lassen die Antworten... Das sagte ja auch der Prof. Dr. Stefan Tönnies. In der Regel ist da auch von gar kein Verkehrssicherheitsrisiko auszugehen. Deswegen, ja, spürt man kaum. Die allermeisten spüren das wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Durchblicken, dass die SPD weiterhin am Bremsen ist, während die Grünen und auch das FDP geführte Bundesverkehrsministerium im Prinzip offen ist für eine Übernahme der Expertengruppenvorschläge. Also zumindest offener als die SPD. Noch ist Zeit, schließlich ist es ja nur ein Entwurf. Und ich habe euch ja den Vorschlag von der Expertengruppe auch eingeblendet. Der ist ja ewig lang, ja, und vielleicht nehmen sie auch nicht auf alles Rücksicht, was da steht. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was muss denn unbedingt rein aus diesem Vorschlag der Expertenkommission, dann würde ich mal sagen, zuerst mal muss ein Wert und müssen auch Umstände definiert werden, ganz genau, ab denen man zur MPU muss. Dann muss man natürlich für unter 21-Jährige die Abbauzeiten mit einberechnen, sodass sie nicht bekifft fahren. Diese Regelung ist für mich ähnlich, als würde man für unter 21-Jährige ein absolutes Alkoholverbot erlassen, damit sie ihren Führerschein behalten können. Und das, denke ich, ist sogar verfassungsrechtlich bedenklich, sowas. Hat ja aber auch keiner gesagt 0,0 Promille. Das hat er, glaube ich, nur falsch verstanden. 0,0 Nanogramm, meine ich. Ob man gleich behandeln will, muss die Regelung für unter 21-Jährige strenger sein, aber nicht so. Und dann frage ich mich, ob man die Definition von den 0,3 Promille, 0,5 Promille, 1,1 Promille und 1,6 Promille wirklich den Gerichten überlassen will. Ich finde, das gehört auch ins neue Gesetz. Und natürlich muss die Polizei besser geschult werden. Die brauchen bessere Anhaltspunkte, wie man Leute, die wirklich stoned Autofahren aus dem Verkehr zieht. Oft liegt das sicher auch daran, dass die Polizei in der Beziehung einfach ganz schlecht geschult wurde und auch mit tausend Vorteilen behaftet ist, anstatt sich darauf konzentrieren zu können, wirklich bekiffte Leute aus dem Verkehr zu ziehen. So eine Ergänzung des Gesetzes wird aber nur funktionieren, wenn die SPD-Abgeordneten ordentlich Druck bekommen. Und zwar von den Medien und von euch. Ich habe leider noch nichts gesehen. Sollte der DHV dazu einen Protest-Mailer machen, nehmt auf jeden Fall teil. Sollte er keinen machen, schreibt auch eure Bundestagsabgeordneten einfach mal direkt deswegen an. So, das war es dann auch schon wieder fast für heute. Ich hoffe, euch hat die Sendung und euch hat die Recherche wieder gut gefallen. Mir bleibt nur noch übrig zu sagen, besucht mich doch ab und zu mal auf Instagram, der Micha mit einer 3, auf Facebook, Michael Knot, unterstützt mich auf Patreon.com slash der Micha und treibt es auf gar keinen Fall zu dolle. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen auf diesem Kanal wieder und ich sage einmal Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen. Yes, don't treib es zu dolle. Die Live-Sitzung war schon schicko. 13 Uhr, 45 hat es angefangen, sind wir schon durch, aber du kannst es dir gerne nochmal anschauen auf YouTube. Einfach jeder, der übrigens, es sind mir nicht mehr so viele auf TikTok, aber jeder, der auf TikTok natürlich dabei ist, kann auch mal gerne auf YouTube vorbeischauen und mal ein Abo da lassen für den Algorithmus, mal einen Kommentar und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, ja, was gibt es jetzt sozusagen zu Michas nicht bekifft und trotzdem MPU, ja, ist ein bisschen dramatisierend, unkorrekt gewesen, bezüglich, ja, jeder muss jetzt zur MPU und so. Klar, wir müssen auch vorsichtig sein, nicht, dass es sich tatsächlich dahin bewegt, was ja völlig irrsinnig wäre, zu sagen, Ersttäter müssen jetzt nach wie vor zur MPU ab 3,5 Nanogramm Cannabis-Missbrauch, da macht ja gar keinen Sinn. Erstmalige Teilnahme unter Cannabis im Straßenverkehr kann ja niemals direkt Cannabis-Missbrauch sein und jetzt, wo ich es gerade sage, habe ich die Eingebung gehabt, dass es, ja, tada, hier, ich habe es gefunden, Freiburg ist es. Ja, damit ihr auch seht auf TikTok, also Freiburg hat genau den goldenen Satz gesagt, hier, alle mal Shoutout, die aus Freiburg sind und an die jeweiligen Führerscheine stellen, Sachgebietsleiter, so muss das nämlich aussehen, ich zeige es euch hier, das fettgedruckte, eine einmalige nachgewiesene, ich lasse es mal so, Verkehrsteilnahme unter Einfluss von Cannabis stellt dabei derzeit grundsätzlich keine Tatsache für künftigen Cannabis-Missbrauch da, Leute, das ist es, das ist es und dass das nicht einfach dieser Satz, dass der nicht einfach im STVG-Änderung mit drin ist, das ist das Problem, das muss da rein, wirklich, Freiburg ist hier der Vorreiter handschriftlich abschreiben, STVG, das muss da rein, das muss in die Stellungnahme vom DHV rein bezüglich STVG, dieser Satz aus Freiburg, das ist kein Cannabis-Missbrauch, alright, also, gab es wie gesagt ein, zwei Sachen, die nicht so gepasst haben, aber prinzipiell hat er recht, Leute, wir müssen weitermachen, müsst vorsichtig sein, wir dürfen das jetzt nicht so passieren lassen, die ganze Entkriminalisierung ist noch nicht ganz durch, sowieso nicht solle eins nur, aber auch das mit der ganzen Straßenverkehr, auch nochmal, ich muss es, ich kann es nicht oft genug sagen, Herr Dr. Kosmann von der Bundesanstalt für Straßenwesen hat mich absolut weggefegt heute, im Verkehrsausschuss, was er gesagt hat, wow, einfach, was er da gegen die Lobby bei den Begutachtungsstellen gesagt hat, echt, hätte ich nie mit gerechnet, dass jemand das so öffentlich sagt und in your face einfach für alle zu sehen, dass viel zu wenig Leute werden es sehen leider und irgendwie wertschätzen und hoffentlich hat es Konsequenzen, um mal deutlich zu machen, wirklich, dass hier so viel Ungerechtigkeit über Jahrzehnte geherrscht hat und ja, mehr habe ich jetzt dazu nicht zu sagen, ich mache vielleicht den Chat mal wieder größer, und